Als Mama von zwei Kindern schaue ich natürlich schon, dass ich alternative Methoden zu herkömmlichen Medikamenten finde und bin dann über einen Freund auf den Cisano-Chip gestoßen. Meine Kinder schwören mittlerweile auf den, Mama, ich habe Kopfschmerzen, den Cisano-Chip einfach mit einem Tape, auch wenn es komisch ausschaut, auf die Stirn geklebt und innerhalb von ein paar Minuten oder vielleicht auch mal eine Viertelstunde sind die Kopfschmerzen weg. Ich selber habe ihn auch verwendet. Ich habe öfter Knieprobleme. Ich hätte eigentlich schon operieren gehen sollen, habe das dann immer wieder rausgezögert und mit dem Cisano, glaube ich, werde ich mir das noch die nächsten Wochen und Monate und vielleicht sogar Jahre ersparen. Und ich habe selber auch den Cisano bei Zahnschmerzen verwendet. Ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus und auch da hat es funktioniert. Also in meiner Apotheke ist er auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken und ich bin wirklich froh, dass es den Cisano-Chip gibt.